Hallo und herzlich willkommen zum Kurzreview von 60176, Verfolgung auf dem Wildwasser. Da der Livestream, wo ich das vorgestellt habe, leider verschluckt wurde von YouTube, jetzt mal hier so ein kleiner Test, wie man so ein paar, ja, sag ich mal, Review-Clips erstellen kann. Und hier haben wir auch schon den ersten Teil, und zwar das Floß von unserem Bösewicht. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar, ja, mit einem hübschen roten Jäckchen, was wiederum in einem anderen Set der Bergpolizei auch schon zu sehen ist. Und einen hübschen Wendekopf, wo er, naja, sagen wir mal, nicht ganz so begeistert reinschaut, was vielleicht an seinem kleinen Kompagnon liegen könnte, der jetzt hier ins Bild kommt. Und zwar, das stinkt hier. Sehr niedlich und alles in einem Guss. Aber ich glaube, dass es nicht so vorteilhaft ist, wenn das auf seinem Floß mitfährt. Und des Weiteren hat er noch diese hübsche braune Kiste da in der Mitte, die, ja, relativ einfach mit zwei Nucken befestigt ist. Die kann man aufmachen und gucken wir mal, was drin ist. Hups, da fällt schon was runter. So, und zwar ist da einmal eine rote Brechstange dabei. Dann haben wir den ersten Edelstein in weiß transparent oder nur transparent, sagen wir mal so. Und einen in grün und einen in etwas bläulichen Farbtönen. Eher so, ja, eisblau, hellblau. Ja. So, ähm, an der Kiste finde ich nicht schlecht, dass man hier den Deckel drauf machen kann. So, äh, dass es so aussieht, als ob die so halb eingebrochen wäre. Und dann kann man, äh, spielerisch, sag ich mal, mit der Brechstange ganz einfach das Ding abmachen und die Kiste aufknacken. So, Teil zwei dieses Sets ist das Polizeiboot. Hat insgesamt drei Sticker drauf. Und zwar einmal die Polizei an der Seite und die Polizei vorne. So, das ist die Minifigur. Äh, mit cooler Sonnenbrille und hübschem Print vorne und hinten. Wobei man den vorne nicht wirklich sieht. Aufgrund der Schwimmweste. Ähm, aber das Highlight ist halt schon doch das Boot, ne. Also, ähm, er hat mit dabei... Dabei eine, eine kleine Handschelle. Und, ähm, ja. Hinten hübschen Außenbordmotor. Äh, unten wieder die obligatorischen Gleiter. Dann, äh, vorne, wie gesagt, dieser, dieser Police-Aufkleber drauf. Und ich persönlich finde ja das, äh, die, die Windschutzscheibe sehr hübsch. Und, ähm, ja. Das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal dann und, äh, hoffentlich dann wieder live.